Hallo zusammen ich habe hier ein VE Amorak im schönen schwarz mit Schnorchel was dazugehört und hier drin der kleine Teil vom Rücksitz ist entfernt hier hätte man Platz zum Sitzen für jemand mitnehmen das ist hier eine Vemo Y45 PX den Deckel kann ich hier wenn diese Taschen weg sind wenn die Taschen weg sind kann ich die hier sauber aufmachen von vorne bedienen wie ihr wisst bei der Box kann man den Deckel wegnehmen hier sehen wir die Box von der anderen Seite hier ist der Sitz entfernt also das heißt ist eigentlich reduziert zum dreisitzigen Fahrzeug hier der Luftansaug wenn die Jacke nicht da ist funktioniert wunderbar ja das war's ich bringe euch hier das andere Video von der 45 PX und hier von der kleinen von der 35er und ich wünsche euch einen schönen Tag